Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge Far Cry 4. Wir sind hier gerade beim Stellvertreter. Er steht da vorne. Ich warte darauf, dass er wieder hier reingeht, damit ich ihn takedown kann von hinten. Ja, ich muss darauf achten, dass da keiner da irgendwo hinten an den Mörser geht. Ich habe bisher nur einen getötet, und zwar der da vorne immer auftaucht. Habe ich takedown gemacht. Ich kann jetzt nicht einfach nach vorne laufen und den takedown, das zieht ja der da sofort. Und Alana wahrscheinlich auch. Deswegen heißt es jetzt... Woah. Heißt es jetzt abwarten. What? Reihen schon seit 20 Minuten. Will einer ein Foto? Nein, danke. Hm, komm wieder rein, Junge. Es ist kalt da draußen. Oh, Gott. Oh, Gott. Es ist so was. Keiner gesehen. Aber es ist geil, dass du die halt so nehmen kannst und dann so wegziehen kannst. Die takedown range ist auch ziemlich... Oh nein. Hier gehen die Orden aus. Ruf an, wenn der Kommandant tot ist. Wie reiche das Tor... Wie ist denn Tor denn? Ist da unten? Hä? Wie kommt man da runter? So. Da ist ein Mörser. Jemand schießt der mit Pfeil und Bogen, Junge. Ich muss eben rein. Ist schneller. Wasch. Ah, Tür ist zu. Hallo? Ich finde einen Weg durch die Höhle. Ich habe mal das Gefühl, hier passiert gleich irgendwas Blödes. Gefällt mir alles nicht, Leute. Das gefällt mir nicht! Ich gute... Gangverbindung. What? Noch so ein Höhlending? Ach, nö. Na ernst jetzt? Ach, nö. Scheiße. Ach, nö. Haben die mich gesehen? Na, 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 na. Das ist keine gute Möglichkeit. Sorry, ich muss hier mal ganz kurz durch. Aua. Nicht ins Gesicht. Aua. Ich hab gesagt, nicht ins Gesicht. Was ist denn dein Problem, Mann? Oh, nö, da ist noch einer. Okay, das geht schon mal nicht, wie ich mir dachte, sehen sollte. Äh, wie es gehen könnte, meine ich. Ähm, ja, scheiße. Ich hab so echt gar keinen Plan, was ich machen soll. Alter, das muss echt nicht sein. Wer nicht dran, Sichtbutterblümchen. Ich komme, wenn du fertig bist. Ich muss jederzeit alarmieren. Ja, packt alles ein und dann nix wie weg hier. Los, go, go. Oh, 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 oh. Äh, äh. Findet mich nicht, findet mich nicht. Guck, guck. Haltet eure Position. Guck, 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 guck. Guck, 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 guck. Guck, 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 guck. Geht ja gleich um die Ecke, oder was? Du laberst hier also die ganze Zeit zum Scheiß. Du machst nix. Nix machst du. Lässt dir alle sterben. Kann ich nicht angrabbeln. Geht. Hm. Okay, Checkpoint. Finde uns heute... Ja, wie oft soll ich den denn noch finden in Tümen? Ja, wie oft soll ich den Tümen? Ja, wie oft soll ich den Tümen? Ja. Sorry, falsche Waffe! Er ist über uns! Oh ja, ich bin über euch. Ich habe schon zu lange dich mehr getötet. Okay. Und jetzt? Ich brauche gar keine Granaten mehr oder so. Feuer! Das habt ihr gut erkannt. Das ist Feuer. Ja. 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 Gingst du es also zu Ende. Ja, hat fast funktioniert. Aber irgendwie... Hm. Glaubt nicht zu deiner Zufriedenheit. Da müssen wir ja alle durchsuchen, ein bisschen Geld scheffeln. Viele Männer, die ich vorhin schon angefasst habe. Geld! Aua! Wow! Ist das ein Granatwerfer? Also so ein... ...andern als ich? Maketenwerfer, so war das. Hm. Die Typen durchsuchen, nicht die Waffe wechseln. Was ist das denn für... Ah, okay. Der hat keinen Schalldämpfer. Äh, ich wollte das Eirutsche nicht. Hm... Du-du-du-du-du. Ja. Hier holen wir uns die Andere. Das ist mir eigentlich relativ egal. Wie sieht der mich denn? Da steht doch selbst irgendwo hinter. Was ist das? Oh, was ist das? Es ist dir so... Oh, was ist die Handwerker? Oh, du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Nee, nee, schnappst du nicht das M.G. Okay. Ich nicht. Doch echt? Das ist so. Ja, ist nett bei euch, irgendwie. Eine Sekunde. Hast du ihn? Ja, ich hab ihn. Gut, ich komm rüber und hol dich ab, wenn ich mit dem Frühstück fertig bin. Du glaubst gar nicht, wie schwer es ist, in dieser Gegend Speck zu finden. Willis out. Wow, du Arsch. Du Arsch. What? Nein! Danke für den turbulenten Flug, Butterblümchen. Sobald ich noch eine Spur zu Juma finde, melde ich mich. Ähm. Okay, dann beende ich wieder die Folge. Vielen Dank, bis zu sehen. H3. Danke. 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 Danke.